Stiefel putzen Haha, war schon lustig, ne? Gut ähnlich aussehende Person, ich muss dann aber auch los. Stiefel putzen steht an. Hä? Du bist doch aber keine vier mehr. Na, die Kinder glauben mir doch aber kein Wort vom Nikolaus, wenn ich nicht selber mitmache. Ja, okay, dann viel Spaß dabei. Danke dir. Schönes Restwochenende. Jo. Schönen zweiten Advent. Dir auch. Guten Start in die Woche. Okay. Natürlich frohen Nikolaus. Ja. Schönen Abend dann noch und ne fröhliche Weihnachtszeit. Jetzt ist aber gut. Du wirst immer so mega unangenehm, wenn es ums Verabschieden an Weihnachtstagen geht. Na, gibt halt viel zu wünschen. Bitte ändere das. Ja gut, ich gebe mir Mühe. Ja, dann machst du jetzt gut. Jo, alles klar. Äh, hier, du bist doch mit dem Auto gekommen, oder? Ja. Dann würde ich noch eine gute Heimfahrt. Natürlich frohen Nikolaus.